Na schön, dann machen wir Musik. Sagt, wann ihr bereit seid. Deacon hat mir von der geplanten kleinen Tour erzählt. Ein Konzert für Leute, die auf richtige Musik stehen. Ich will ihn. Kauf ihn ein. Ich schreibe nur einen Song. Ja, wohin das führt, weiß ich. Wir zwei haben auch mal angefangen, Songs zu schreiben. Ich frage mich, warum das immer wieder passiert. Ich mache euch ein Angebot. Ich nehme höchstpersönlich das Demo auf. Hast du und Deacon zusammen unterwegs? Soll ich lügen und sagen, ich fühle mich wohl dabei? Du kannst hier nicht rein. Hast du das verstanden? Das stimmt, Gunner und ich haben einen Song zusammengespielt. Kein Ding. Läuft da sonst noch was? Lass mal halten, hört auf! Bitte! Hört auf mit dem Blödsinn! Ich habe das Gefühl, ich sollte dich ziehen lassen. Wieso tust du es dann nicht? Ich habe das Gefühl, ich mache' dir 20 Rudel. Und ich habe ihn verstanden.